Es kommt ohne Vorwarnung und schlägt unerbittlich zu. Ein rätselhaftes Leiden, das bis heute kaum erforscht ist. Es zerstört das Selbstwertgefühl. Es zerstört Beziehungen. Und es führt die Betroffenen in 80% der Fälle in die emotionale Isolation. Weltweit ist jede dritte Frau von dieser geheimnisvollen Krankheit befallen. Ich hab überhaupt nicht anzuziehen. Textilblindheit. Diese Frauen brauchen Hilfe. Jede Bluse zählt.